jetzt okay er war dann angeblich er stellt ein Glück auf die Probe und Dreh am Rad erhalte Boni um Geld zu verdienen und in eine höhere ökonomische Klasse aufzusteigen ohne Bankort zu gehen steuerzahler rettungsschirm nächste stufe 700 okay das sind ja eigentlich nur Dollarzeichen auf dem Rad sie dreht sich wo sie stoppt das weiß nur ein Zufallsgenerator erreiche dein Klassenaufstiegsziel und steig auf die nächste Ökonomiestufe nun gegen nächsten Bankort okay haben wir jetzt 160 Dollar LB Spielregeln was ist das für ein riesen Spiel? okay kleinen Moment ich putze nur kurz die Nase und dann geht's weiter sooo da bin ich wieder ok ok äh wollen wir mal schauen was ist denn das für ein Scheiß hier? wir können jetzt eigentlich nur am Rad drehen jetzt gibt es ein Bankortfeld Indexfonds mehr Verkaufbonus tausche diesen Zug Bankort und Investments riskant aus Spangott gegen gegen Geld und umgekehrt ne 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 wir haben erst ein Bankortfeld ne zwei ja ja wir haben ein ok tausche Bankort gegen Geld halt das Rad mit deinen Fähigkeiten also Insider Handler das würde ich tun Zeit für Insider Geschäfte ich halte es an du hast es geschafft ok wir sind jetzt die Stufe aufgestiegen wir sind jetzt Unterschichtler wir haben einen Gewinner diese Kinder haben ein Darlehen über 80.000 Dollar erhalten um Lakainarbeitern ihre Löhne zahlen zu können auch sie können gewinnen versuchen sie es einfach hier ist euer Scheck wie wir haben jetzt 80.000 Dollar gekriegt für was darf ich nochmal ich mache nur Selfies mit stinkreichen Leuten ok aber wir reden müssen dann die Zukunft Sportfreund keiner weiß wann die Furzblase platzt ja ja wie spiel ich das Spiel weiter gut so jeder ist ein Gewinner außer den Armen ja genau oder bestimmt mal die Arschloch Kinder die die Einwanderer eingestellt haben was ja sie haben Kredit aufgenommen um sie zu bezahlen das heißt sie klaut unsere sie klärt unsere Moment ich dachte wir wären Sauer wegen ihrer Geschlechter waren und ihrer Sexualität und so nein das sind die anderen Kinder wir wollen die Jobs zurück oh dann holen wir die Jobs zurück und verspannen sie für ihre Art der Identitätsfindung was sie die Hinterwässler na gut wir haben immer noch nicht unser unser Ding Apropos Lakaim ah wir können jetzt da keinen abstellen ich schwöre einen Kars Lakaim und dann stehen wir ja ja mal gucken was da bringt Kars hat jetzt einen 80.000 Dollar Kredit ja egal über 13 drei Züge verbleiben Lakaim 700 AP ok boah was denn das wie nützlos ist denn der bitte ja Damage ist ja echt witzig ja 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 wenn du Amerika nicht liebst kriegst du was auf deinen Sozialisten so wirst du nicht in deinem Land Lakaim Auto hihihi 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 Wollt genau ich kann aber unterschreiben Du kannst mein Admiral Anarchie sein! Admiral Anarchie, okay. Daktus verwirrt? Nicht auf den hinteren anwenden. Das ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er einen seiner Kollegen drin ist. Juhu! Du schaffst! Du hast unsere Kinder! Aber drauf, ne? Jawoll, Herr Kappel-Kollegen, ja? Meine Seligium-Superleiter sind am überhitten! Boah! Hat er auch nur Ultimativkraft, der Lackai? Ja, ganz cool! Ey, lieber in der Schaufel! Schauen wir mal! Ah, das sind ja angewurzelt. Jetzt sind wir nämlich übelst nutzlos. Ja, da kriegt er nicht viel. Wir können den Zug nur beenden. Lass Korgel mal ran! So, kriegen wir einen down? Und gehen wir down. Hau drauf, Korgel! Und noch mal! Jawoll! Was heißt das? Ach, kommt schon! Sag mal, hast du zugenommen? Sag mal, hast du zugenommen? Den Fall macht ihr die alle langsam! Leut, er wollte mein Hammer des Chaos sehen, der ist cool! Ja, eigentlich ja, ne? Wir haben eine blöde Pose dafür, so sagen wir... Wir können eigentlich auch einfach so... Das reicht, ja! Juhu! So! Hau drauf! Ihr packt ja seine Sache und geht wieder! Wie geil, was da! Das ist so geil! Oha! Ja, ich glaub schon! So! Ach ne, komm! Oh, schluss jetzt, Arschloch! Ja, wir sind ja wieder angestempelt, ey! Fuck! Wir sind los! So, tut sie beide down? Ja, ihnen nur fast! Es ist egal, wir machen trotzdem! Oh, das war super cool! So, das nächste ist dann Diabetes! Der dürfte ja nicht verlangt sein! Nee, 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 ich kann ihn noch trinken! Dankeschön! Sieg! 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 So, wir sind wieder! Hörner der erbärmlichen, relativ schwach Orakel des andersartigen Rezept und Charakterbogen von Professor Chaos. Sehr gut! Mann, ich hab echt ein Schechtes gewissen, dass ich nicht genug Laka-Jobs für die hab! Aber nochmal danke! Wer weiß, vielleicht könnten wir unsere eigene Liga der fiesen Superbösewichte! Ja, doch cool, tut das! Obwohl, mit Chaos kämpfen? Ja, eigentlich schon ganz nah ist, oder? Meine Laka, ich gebe mir jetzt an deiner Seite, wundersch! Hashtag Karl! So! So! Wir haben es aber noch nicht zurückgegeben. Darum ist Kogel! Und war man auch schon! Dann 207 Dollar, what the fuck! Meine Eltern waren gestern bis 3 Uhr morgens feiern, WTF! Okay, einfach mal links, immer weiter mal links! Ich laufe mal, vielleicht sehen wir ja noch was! Weil jetzt mit den neuen Fähigkeiten machen können, ach, wenn man die City Hall gehen! Und ich sie's noch da! Ja! Gangster, Messdealer, furzende Selbstjustizler, ich könnte ne Kiste Riesling ächsen! Oh ja! Kann man kein Foto machen? Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt! Okay, ne, sie folgt mir 100 pro erst, wenn wir ihren Posten gerettet haben! Diese neuen Freedom-Perls klingen wie ein äußerst fähiges Super-Hellen-Team! Ja! Aber Cartman würde uns 100 pro nach dem Rücken gefallen, bin ich mir so sicher! Wir sind zwei Aufkommen? Ne! Es fehlt eins? Kann doch nicht sein! Äh! Äh! Für die Bullen sind alle weg! So, die... Was bist du denn? Trottelmein? Ich klappe! Schon durch! Was machen wir jetzt? Was für eine Hautfarbe habe ich? Dank dir sehe ich das jetzt gar nicht mehr! Ja, ich glaube nicht! Weil ihr wisst, wir sind dann hier lang gegangen oder? Ich weiß gar nicht mehr! Wird gern den Keller noch mal sehen! Wie wär's damit? Du tust was wir sagen und wir erschießen dich nicht! Ja, ganz vernünftig! Ja gut! Ja gut! Vor fünf Minuten hatte ich keinen rassistischen Gedanken! Ja, das ist äh, sehr glücklich! So! Na schlappe! Äh! Immer sachte! Geht uns hier drin nicht auch was? Und da hinten stehen Krebsmenschen? Ihn sollen wir hier nicht! Lass dich nicht von der Heldenanbetung vereinnahmen! Gott hasst Götzen! Immer das Knie vor dem Herrn! Äh... Knie nieder! Knie nieder! Vor dem... Herrn! War hier nicht irgendwo noch was? Ich bin mir... Äh... Nichtsicher! Oh, ne, wir haben doch alle! Na gut! Da stand üblich, mich und Keks in der Ecke, sich nochmal so erwähnt haben... 800 What? Was? Die Schuhe und der Netzbetreiber nicht in die Schmerzen! Du bist nicht ein Einschchaf bei den Kassenzielen! Du bist nicht ein Einschaf bei den Kassenzielen! Alter, also wollte man auch planen ändern! Den Plan ist ja nicht noch nicht ändern! Äh... Äh... Du... Äh... Äh... Wenn man eigentlich doch jetzt kann man es noch machen... Ähm... Äh... So... Ersetzen! War gegen was mit Status! Besten wieder vom Assassinen hier! Den! War eigentlich sehr gut! Und hier eigentlich schönes! Äh... Äh... Der Assassine! Blut und 624! Und unsichtbar! Ja... So greift bloß ein an! Das ist wie der Schlag vom... Daraus! Maximal Kraftfisten! Ja... Ich dachte, was wir jetzt haben, nicht am besten, weil da können wir mehrere treffen! Wenigstens... Guck mal hier vielleicht was anderes machen... Hör mal hier! Dann starten! Gut! Haben wir das endlich eingestellt? Alter, wie viele das heißt? Lass uns mal! Ich hab mal hier! Näm... Ja... Näm... 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 ich jetzt eben zum bluten bringen erst mal hallo ganz schön stark nö nicht gibt es welcher von dem war nicht so krass stark 500 gut ist ein heiler das ist schön auf dem heiler am besten fängst du ohne finger gucken von vorne an so wir hatten mal was mit rückstoß aber wir treffen eh keinen so beide und beide sind langsam sehr gut heute werden wenn du aus dem kantenhaus kommst bleib hier Kunde ein Rabatt für dich die Kunde war für meine Brut gedacht ok er braucht zum heilen also Einzug hm ja wir hauen den weg so gibt es auch nichts zum heilen hier dann bluten die zwei angriff ist echt wesentlich besser aus dass sie mit der bombe was drin hatten ich übernehme das leute ja mach mal so bitte wieder auf dem heiler ja nee so und damit hat sich das mit dem heilen erledigt du stehst du stehst wohl den ganzen tag gewichtet ich bin von der tour aus breit ach so aber wir können ihn weg hauen hier gibt es einen fetten rückstoß schaden gleich mal einen weg hauen immerweise damit rückstoß aber egal was los ich würde sagen erledigt das jetzt mal aus meinem feld so tschüssi das hat sich damit wohl jetzt erledigt das war echt super leute so die dünste des krebs bei nun mal drei dollar wir sollten anfangen zurück zu kaufen und schätze gehen wir das ich glaube was muss ich dir ein paar manieren beibringen benutzen einschalten ist es schon du du wir müssen scheinbar unten lang gehen ich tut das hat so gelangen nein einen direkten weg den nach unten eigentlich oder perfekt so 700 also die eigentlich irgendwie ganz das das so analysiere ich bin ich die diabetes ich rufe dich und seine diabolischen kräfte es tut mir leid es muss sein ja und zwar gleich im kampf kampfvorteil und auf jeden Fall in oder zwei antwort auch gleich ich gleich knallte es ruhig auf dich so immerhin direkt zum blut nach der so schmach weil also scheinbar bloß ein mob ziemlich cool ziemlich cool da noch in den gebraucht werden so hau mal rein und das ist gleich dann ich bin der franz tausend ok bei dem müll mal bitte weg ja 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 lächeln schön ins licht gehen troll ich bin dran so das trifft nicht und damit greifen wir ihn an können wir nicht na gut dann können wir ihn an die 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 diabetis hat deine piste bei dir junge schon widerlich macht euch auf schmerz gefasst so ihn können wir ausschalten oder ihn schocken und verwirmen Wir schalten ihn einfach aus, bevor er auch so eine Pissbombe platzen lässt, das ist schon ein bisschen ekeler. Wenn wir ihn backhauen, landet doch die Pissbombe eigentlich auch woanders, oder? Wer jetzt blockiert? Probieren wir es mal. Aber das ist nicht schlimm. Ach komm, ohne zu zocken, das war kein Weh. So, wir gehen auch weg, wir können ihn weghauen, wir greifen erstmal den an, das wird mit seiner Pissbombe eh nicht, und ich habe die Hoffnung, dass es seinen eigenen Mädchen schaden macht. Ach kacke! Kippen Diabetes ist kampfbereit! Ja, okay, Diabetes... Nee. Haben wir lieber ihn weg, oder? Ach, wir wissen, ob der Schaden macht. Ich... Mach mal nichts, nur... Ich will unbedingt wissen. Ich bin da auf jeden Fall hin. Ich wollte gerade 600. Ich bin jetzt bei den guten Verlösen. Mach weg! Mach weg! Das hat sich ja gelohnt! Ich bin nicht um zu hauen. Ich war richtig cool. ok und noch mal drei dollar alle werden aber echt eine menge geld jetzt so gibt ihr was zum sammeln hat eine tasche verfahrer oder elgenhafte narbe wir müssten einfach bei die kostüme reingucken bei gelegenheit wir sollen hier lang auf jeden fall wie hoch und er war weiter weniger lachen solcher lachen rumliegt er gibt ein bisschen kleber hier drüben wenn wir nicht darüber leben sollen das untergehen das nicht fisch man oder wieder heißt und wir können erst mal der feuchte wir wollen die geläufer wie heißt denn der beobachtet ich glaube wir können uns gegenseitig helfen hast du von den super best friends gehört? ich bin's! Seemann! look at that ein mächtiger superheld mit der Fähigkeit mit Fischen zu sprechen und zu schwimmen! es ist Zermes! ich bin Seemann! es ist mein Job welchen ihres kreaturen zu helfen und gerade noch ein schwuler Fisch Hilfe seine Mutter in den Himmel zu bekommen ich will ihm unter die Flossen greifen aber die anderen super best friends haben zu viel zu tun hilfst du mir? abuuh dann stimme mit mir in die Tiefe keine Sorge meine Wasserabwehrkräfte beschützen dich was? und so taucht das Kind in die Tiefe des Wassers geschützt von Samen Seemann hinter dahin wo der kleine schwule Fisch schwecht wuuhu weine mich kleiner Fisch ich habe Hilfe mitgebracht oh danke Samen könnt ihr mir mal wirklich helfen in den Himmel zu kommen? es heißt Seemann und durchaus dieses Kind hat unglaubliche Kräfte was? 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 ich muss aber mal ganz kurz sagen mich das übelst nervt hier wie komisch in dieses scheiß Uplay Ding äh 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 warte ich muss mal ganz kurz googeln oder warte mal wenn ich auf Ubisoft Club gehe lad ich da bestimmt da drin jawoll jawoll shift f2 ja geht klar wenn ihr das sehen ne äh settings geht in die Sack ey fps counter in game wo hier ist keine der von steam reicht ja wo so so update download launch game message äh invite blablabla haba so so such eigentlich das mit den save games äh mit denen mit den Screenshots jedes mal wenn ich äh bei steam Screenshot machen will oder shop ja jedes mal ist dann irgendwie dieses blöde Ding mit Backspace der behindert ok nehmen wir mal irgendeine Taste die ich nie drücke ja so jedenfalls nicht dieselbe Taste gut äh äh und jetzt hab ich gerade gesehen ich sollte vielleicht mein Handy tun oder beziehungsweise gehört mit crime ist out of control in our town Kunin friends are this city's only hope all right now you need to go out into the town and do superhero stuff you know help people and fight crime and dumb shit like that ok well how's the character sheet heavy sup i have already let you do a class there's nothing left to talk about temp man Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. But I only need a few hundred for that. So you know what I'm going to do with all the rest? Go to Paris and get a penile enhancement and fuck bridge chicks. Super Craig. Super Craig.